5 Warnzeichen, dass dein Trainingsplan nicht zu dir passt. Lass uns direkt loslegen mit Warnzeichen Nummer 1. Kein Fortschritt bei deinen Zielen. Trainierst du hart, aber siehst trotzdem keine Resultate? Es gibt nichts Frustrierenderes, als sich voll reinzuhängen und trotzdem keine Fortschritte zu sehen. Wenn du beim Muscle Up nicht über die Stange kommst, beim Handstand keine Sekunde stehen kannst und dir die Motivation fehlt, dann könnte dein Trainingsplan nicht optimal für dich sein. Aber keine Sorge, wir zeigen dir, worauf du achten musst, um deinen Plan anzupassen und endlich die Ergebnisse zu sehen, die du verdienst. Bleib dran und erfahre, wie du Stagnation durchbrichst und neue Höchstleistungen erreichst. Warnzeichen Nummer 2. Ständige Schmerzen. Schmerzen, abgesehen von normalem Muskelkater, sind oft ein Zeichen dafür, dass dein Training zu viel von dir verlangt. Wenn deine Gelenken oder Sehnen regelmäßig schmerzen, ist es Zeit, etwas zu verändern. Niemand möchte langfristig verletzt sein oder ausfallen. Schließlich geht es darum, stark zu bleiben und nicht irgendwann kaputt zu gehen. Eine der sichersten Methoden, Schmerzen fortzubeugen, ist eine systematische Belastungssteigerung. Das bedeutet nicht, dass du niemals mehr Schmerzen haben wirst. Belastbarkeit kommt schließlich von Belastung. Wenn du jedoch zwei bis drei Tage nach einer Einheit immer noch Schmerzen hast und das nach jedem Workout, dann ist es höchste Zeit, deinen Plan zu überdenken. Warnzeichen Nummer 3. Motivationsverlust und Langeweile Fühlt sich dein Workout wie eine lästige Pflicht an? Hast du schon am Tag davor keine Lust aufs Training und ziehst es dann halbherzig durch, weil du denkst, du musst? Das muss nicht sein. Dein Training sollte dir Spaß machen und dich motivieren. Wenn du dich jedes Mal überwinden musst, ins Gym zu gehen, ist es an der Zeit, deinen Plan zu überdenken. Finde Übungen, die dir Freude bereiten. Wenn du keine Lust auf Burpees hast, dann lass sie weg. Und lerne stattdessen einen Calisthenic Skill wie zum Beispiel den Muscle-Up. Warnzeichen Nummer 4. Unzureichende Anpassung Ein Trainingsplan sollte nie eine Einbahnstraße sein. Dein Körper braucht ständig neue Reize, um sich anzupassen. Wenn du einfach nur die gleichen Übungen machst, ohne dich zu steigern, wirst du keine Fortschritte erzielen. Gezielte Veränderungen sind der Schlüssel. Mehr Wiederholungen, mehr Gewicht, neue Techniken oder zu einem bestimmten Zeitpunkt andere Übungen. So bleibst du motiviert und forderst dich ständig aufs Neue heraus. Es geht nicht darum, in jeder Einheit neue Rekorde aufzustellen. Es geht darum, sich kontinuierlich zu verbessern und an seine Grenzen zu gehen. Warnzeichen Nummer 5. Zu viel Abwechslung Achtung! Gerade sprachen wir über das Austauschen von Übungen, aber zu viel Abwechslung kann auch schaden. Ständig etwas Neues auszuprobieren mag spannend sein, aber ohne Konsistenz wirst du keinen wirklichen Fortschritt machen. Dein Körper braucht Zeit, um sich an bestimmte Bewegungen anzupassen und stärker zu werden. Ich zeige dir, wie du die perfekte Balance zwischen Abwechslung und Beständigkeit findest, um das Beste aus deinem Training herauszuholen und maximale Ergebnisse zu erzielen. Mit dem neuen Die Ringe App Update kannst du in deiner Trainingsübersicht Übungen austauschen, falls du mehr Abwechslung in eine Einheit bringen möchtest. Der smarte Algorithmus schlägt dir dann passende Übungen vor, die direkt in dein Workout eingebaut werden. Auch bei den anderen Warnzeichen hilft dir die Die Ringe App durch systematische Belastungssteigerung und gezielte Anpassungen der Übungen. So bleibst du langfristig am Ball und hast Spaß dabei. Lade dir jetzt die Die Ringe App herunter und starte dein individuelles Training. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo. Hallo. Ciao.